Auch am Vormittag des 18. Juli ging die Suche nach einem vermissten Mann am Kospudener See weiter. Rund zwei Dutzend Einsatzkräfte waren dabei vor Ort. Nach Informationen aus der Polizeidirektion Leipzig sucht die Polizei nach einem 53-jährigen Mann, dessen Kleidung und Ausweise am See gefunden worden sind. Der Mann aus Leipzig wird seit dem 23. Juni vermisst, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf Nachfrage von Muldenthal TV mit. Im Verlauf der mehrwöchigen Suche kamen Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Einsatz. Dabei erhielten die Taucher bei der Suche im See Unterstützung von einem Tauchroboter aus Thüringen und eine Tauchdrohne der tschechischen Polizei. Die Suche am See wurde am Nachmittag des 18. Juli vorerst eingestellt. Bis es neue Erkenntnisse gibt, bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Die Arbeit am vermissten Vorgang laufe aber weiter. Die Arbeit am Ende des 19. Juli vorerst eingestellt. Die Arbeit am Ende des 19. Juli vorerst eingestellt. Vielen Dank.